so und damit ein hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu einer runde brutato ja es ist mal wieder so weit brutato die geht in die nächste runde und wir spielen heute den generalisten der generalist hat plus zwei nahkampf schaden pro ein fernkampf schaden und der plus ein fernkampf schaden pro zwei nahkampf schaden das heißt wenn wir nahkampf und fernkampf beides erhöhen kriegen wir sowohl nahkampf als als auch fernkampf dings die sache das problem ist lediglich von den sechs waffen die ertragen kann müssen können wir nur drei nahkampf und drei fernkampf waffen nehmen also dementsprechend ist natürlich die sache was wir da so nehmen und ich würde sagen wir fangen tatsächlich mit einer mp als fernkampf an so weil mp ist ja die fernkampf waffe die gut feuern kann und wir haben dann wenigstens die möglichkeit hier jetzt zumindest die erste welle bisschen aus entfernung die sachen alles zu haben so ok wir nehmen dann natürlich vorwiegend solche sachen wie fernkampf schaden mit schuss in dem dich mit tempo verringern nehmen wir auch mit und der hat nahkampf schaden mit drin denn wir uns auch dann gleich hier ist noch eine mp das könnte interessant werden aber jetzt haben wir auf jeden fall schon mal zwei mps general ist hier haben wir wieder fernkampf schaden da ist eine medizinpistole natürlich gar nicht so bad würde ich sagen gerade wegen lebensabzug wir nehmen dich mit und sperren dich wegen lebensabzug würde ich das mitnehmen für heilung kalt ist ja auch eine schusswaffe so ist das ja nicht aber es könnte halt hilfreich sein gerade wenn wir schaden kriegen da ein bisschen links zu haben bisschen die heil geschichte mit drauf haben so nahkampf schaden fernkampf schaden wir verbessern unsere mp nehmen den mit den sperren wir uns den sperren wir uns mache ich primitiv und stumm ich würde sagen ja das gute ist bei kampf dingern kann ich wenigstens hier diese komischen viecher die diese laser kugel abballern gut aus der ferne angreifen muss nicht nahe ran so wir haben hier noch mal für den kampf schaden verbesserung von den dings hier haben wir noch mal einen besseren stein da ist angriff schaden bei max leben nehmen wir auch dann gleich nicht so und wenn jemand zu nahe kommt kann nicht wenigstens stein zu hauen den würde ich nehmen den würde ich nehmen den über den hier ist eine gute mp aber dafür muss ich halt noch sparen und hier haben wir noch einen besseren stein das gar nicht der ziel glaube ich als fernkauf kein so hier heißt es ja die mps machen wir rocken hier einfach durch die mps rocken hier richtig durch so da wir hier jetzt kein ding zusammen machen max leben natürlich dafür die mitten rein ich kombinieren damit die für den mit rein den nehmen wir mit rein medizinische kettensäge haben die medizinische pistole da hätten wir die medizinische kettensäge würde ich nächste runde mitnehmen wollen gerade weil es halt auch dann richtig die den lebensabzug konsum erhöht so rüstung nehmen wir mit schaden dann könnte ich rein theoretisch die steine kombinieren der ketten siegerei dann haben wir da schon mal dass das nehmen wir mit so taser werden natürlich geil aber es ist halt auch unterstützung fangen ja ich weiß nicht ihnen würde ich nicht nehmen dieser wäre halt wirklich aber weniger reichweite schaden leben abzug nehmen wir damit so man lebensregeneration joden reichweite ausweichen schadens lebensabzug rüstung ausweichen nehmen wir dann auch noch mit expressionen ja natürlich aber ne 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 bleiben wir mal bei dem so so let's go halten wir den spaß mal so hierbei mehr wir mitnehmen ist so besser mehr materiale mitnehmen wird so besser weil wir den level ab brauchen dann kann man dann nehmen wir hier mal nahe kam hier haben wir noch mal machen wir ein bisschen ausweichen mit rein rüstung max leben das klingeln das weg das ding dafür haben wir nämlich noch mal ein nahkampf schon mehr und lebensabzug mehr das weg das da jetzt machen wir mit einem ordentlich ich meine wir haben auch die medizinische basole und die kreissäge die medizinische das heißt beides kann uns sogar tatsächlich noch nebenbei ein bisschen heilen wir nehmen dich mit wir nehmen dich mit wir nehmen dich auf jeden fall mit wir nehmen dich auf jeden fall mit ich sperren wir uns ich sperren wir uns ach die fischer manchmal sehe ich da 61 schaden und das ohne crit da sieht man auch zum beispiel wie schnell wir im gegensatz zu den anderen charakteren die wir bisher gespielt haben wie schnell wir so eine gegner mit diesen knochen rüstungen das finde ich geil mehr leben werde ich höchstwahrscheinlich noch brauchen wenn ich die möglichkeit habe da mehr leben zu so man versuche ich mir leben noch braucht so man bisschen lebensregeneration ist auch schon mal plus zwei angriffstempo plus pro ein prozent ausweichen das heißt ich könnte 30 angriffstempo noch mal plus kriegen nehme ich auch wenn die reichweite dadurch ziemlich verringert wird aber das ist mir da erstmal relativ das nehmen wir auf jeden fall noch mit und den da werden wir auf jeden fall noch brauchen bei angriffstempo ist sehr geil dadurch haben wir haben wir die greifen wir halt schneller an das ist mega ihr seht allein schon wie die waffen abgibt also die maschinenpistolen abgehen sollte uns sind wirklich noch einer zu nahe kommen haben wir ja noch den stein die 30 und die hackball rüstung können wir gebrauchen max things und das das ist die laser pistole ist es nicht die medizinische person wo ich die medizinische person überhaupt plus 25 prozent nehmen wir nicht so ohne mit kartoffeln wäre nett aber die 26 schaden macht dort die die und und die die der oh oh diese schad stinger die großen die die sind noch ein bisschen schwierig gerade wenn wir auch ihre knochenbrüstung da haben angriff tempo krit und reichweite nämlich ausweichen nämlich das ding nehmen wir mit das ding nehmen wir mit da ist die medizinische die wir brauchen werden den dingen wäre ich mir auch noch mal das ding auch jetzt gut ist die dinge von so schnell dass ich sterben so schnell dass ich dass ich keine probleme haben werde mit den kugelschießenden ich glaube ich glaube ich werde da wenig probleme mit den kugelschießenden füchern haben gerade weil ich so schnell auch cool so nehme ich verbessern wir nehmen wir wollen wir voilà ok 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 wirklich probleme werde ich glaube ich nicht mehr haben bei der geschwindigkeit von den angriffen dazu noch die einzige könnte das leben lediglich sein weil ich so wenig leben bzw rüstung und ausbreiten jahre noch mal mit die brauche ich nicht den kann ich mitnehmen natürlich gerne mit blitzklingel 3 ist auch nicht schlecht aber die verstärkten sich das könnte noch problematisch werden wenn wir durch die die einen pickeligen dinge da verstärkt werden die kurzen kann richtig probleme noch geben okay ernte am ende um acht prozent erhöhen nehmen wir reichweite erhöhen wir auch mal wieder damit wir ein bisschen mehr reichweite wieder haben nahkampfschaden chance von 100 prozent ein gegner 241 also 300 prozent nahkampfschaden zuzufügen wenn nur ein gegner ausweichst kann ja was werden dann rüstung ausweichen nehmen wir ihn da will ich auf jeden fall haben gerade wegen elite gegner und bosse dass mehr schaden machen das ist sehr sehr hilfreich so so Let's go, let's go Okay, mehr Bäume spawnen, yo, das nehmen wir mit. Äh, die MP verbessern wir. Duh. 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 glück und ausweichen eher weniger let's go let's go let's go let's go let's go vorletzte welle vorletzte welle leute vorletzte welle bringt mir nichts mehr aber mehr ausweichen bringt mir ein bisschen was wäre nett mehr bäume aber mir jetzt nicht mehr geschützt und links die beiden allein schon naja probieren wir jetzt post time und auch noch eher hier warum muss das auch noch aber er geht gut weg also wir haben jetzt schon alleine in die zur hälfte weg also locker flockig hinkriegen den herrn durchlauf gewonnen durch besiegen des bosses mit dem generalisten ja das ist im kunde meine werte so ja wir haben mp3 stein 3 kreissäge 3 medizin personen 3 hat bei 3 und noch mal mp3 mp3 ordentlich nahkampf und fernkampf bedingt dadurch haben wir ja natürlich dadurch dass wir so viel nahkampf schaden gespielt haben haben wir plus 20 fernkampf schaden bekommen und dadurch dass wir so viel fernkampf schaden gespielt haben haben wir 38 nahkampf plus 38 nahkampf faden bekommen also ordentlich damage gehört zum hat dazu noch ordentlich an krisstempo läuft so das war es wie gesagt mit dem generalisten und mutator für heute ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaltet schaltet in der nächsten runde wieder rein wenn wir mit dem nächsten charakter unterwegs sind